Dies ist die Geschichte vom wahrscheinlich größten Krieg seit dem Beginn der Pilzzeit. Es ist die Geschichte von Rotpils gegen Brownpils. Mein Name ist James und ich habe auf beiden Seiten gekämpft. Mein Doppelagent sozusagen. Doch meine Loyalität galt schon immer der dunklen Seite. Nun ist mein Kommandant verschwunden und ich muss ein in aller Welt verstreutes Team zusammenrufen, um ihn zurückzubringen, bevor der große Showdown startet. Es bleibt nicht mehr viel Zeit. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF für funk, 2017